Jo, hier mal ein kleines Video, um diese Aufgabe hier zu erledigen, denn ich habe gelesen, dass einige damit Probleme haben, da dies doch schwieriger als gedacht zu sein schien oder scheint. Und ja, ich zeige euch mal, wie ich das gemacht habe, denn das, denke ich mal, ist der beste Weg. Genau, dazu wartet man einfach, bis der Gegner aufsteht. Kann natürlich etwas länger dauern, in dem Fall, ja, gegen das noch. Und dann drückt man einfach Kreis, wenn der auf einen zukommt. Ja, und das war es eigentlich schon. Erledigt.